So, in diesem Video möchte ich dir einen groben Überblick über die wichtigsten Druckeinheiten geben und wie man diese Einheiten dann ineinander umrechnen kann. Die 5 Einheiten, die wir uns in diesem Video anschauen, das ist einmal Pascal, Bar, ADM, Dor und BSI. Diese 5 Druckeinheiten, die wollen wir uns heute anschauen. Fangen wir mal an mit der SI-Einheit für den Druck, das ist Pascal. Und der Druck ist ja Kraft pro Fläche, das heißt 1 Pascal, in SI-Einheiten, Kraft pro Fläche, wird 1 Newton pro Quadratmeter sein. Das heißt, wenn man folgende Situation hat, man hat eine Fläche von einem Quadratmeter, auf diese Fläche wirkt 1 Newton, dann spricht man von einem Druck von einem Pascal. Und du wirst bald sehen, dass 1 Pascal ein extrem kleiner Druck ist. Und deswegen führt man eine zweite Einheit ein, die nennt sich Bar. Und 1 Bar sind 100.000 Pascal. Und diese Einheit Bar, die hat man jetzt eben genau deswegen eingeführt, weil eben 1 Pascal so ein extrem kleiner Druck ist und zum Beispiel der Luftdruck bei dir zu Hause eher im Bereich von einem Bar ist, nicht von einem Bereich von einem Pascal. So, die nächste Einheit, die wir uns anschauen, das ist ATM. ATM, das ist der Luftdruck auf Meeresniveau. Das heißt, das ist der Druck, der von der Atmosphäre verursacht wird, deswegen ATM. Und der Luftdruck auf Meeresniveau, also 1 ATM, das sind ungefähr 101.325 Pascal. Oder wir könnten es auch in Bar umrechnen, das sind 1,01325 Bar. Als nächstes schauen wir uns die Druckeinheit Tor an. Und diese Druckeinheit, die ist eigentlich etwas veraltert und die geht zurück auf den ersten Quecksilberbarometer. Dieser Quecksilberbarometer, der funktioniert so, desto höher der Druck wird, dann steigt eine Quecksilbersäule. Also wenn der Druck höher wird, dann steigt diese Quecksilbersäule. Das heißt, die Höhe dieser Quecksilbersäule, die beschreibt uns den Druck. Und diese Höhe der Quecksilbersäule, das ist genau Tor. Das heißt, ein Tor, das wäre bei diesem Quecksilberbarometer, 1 mm dieser Quecksilbersäule. Und das Beispiel, ein ATM, ein Atmosphäredruck, wären 760 Tor. Das heißt, wenn du diesen Quecksilberbarometer auf Meeresniveau aufstellst, dann würde diese Quecksilbersäule 760 mm ansteigen. So funktioniert dieser Barometer und daher kommt auch diese Einheit. Und versuchen wir noch Tor in SI-Einheiten umzurechnen. Das heißt, ein Tor sind wie viele Pascal. Das kann man ganz einfach herausfinden mit Hilfe von dieser und dieser Umrechnung. Man kommt dann auf ungefähr 133 Pascal. Die letzte Einheit, die wir uns auch anschauen wollen, das ist PSI. PSI, die ist bei uns eigentlich nicht so geläufig, die wird ziemlich häufig in Amerika verwendet. Und PSI, das steht für Pounds per Square Inch. Das heißt, folgende Situation. Wir haben einen Quadratzoll, also Inch ist ja Zoll. Das heißt, wir haben einen Quadrat mit einer Seitenlänge von einem Zoll. Auf diese Fläche wirkt die Gewichtskraft von einem Pfund. Pounds steht ja für Pfund. Und der Druck, der hier vorliegt, das wäre jetzt ein PSI. Wie kann man jetzt diese Einheit in die anderen Einheiten umrechnen? Das geht eigentlich auch nicht so schwer. Du musst nur wissen, dass ein Zoll ungefähr 2,5 Zentimeter sind. Ein Pfund ist ja ungefähr ein halber Kilo. Und wenn du hier die genauen Werte einsetzen würdest, dann könntest du es in die SI-Einheiten umrechnen. Du würdest dann ungefähr darauf kommen, dass ein PSI ungefähr 6.895 Pascal sind. Oder manchmal sieht man auch noch folgende Umrechnung. Ein Bar sind 14,5 PSI. Also das sind die wahrscheinlich 5 wichtigsten Druckeinheiten. Und schauen wir uns mal anhand von einem ganz einfachen Beispiel an, wie man diese Druckeinheiten ineinander umrechnen kann. Und zwar, wir wissen, dass am Mount Everest der Luftdruck ungefähr 0,3 Mal dem Luftdruck auf Meeresniveau ist. Das heißt, am Mount Everest hat man einen Luftdruck B von 0,3 ADM. Und wir wollen jetzt versuchen, diesen Druck in die anderen Einheiten umzurechnen. Fangen wir mal an mit der SI-Einheit Pascal. Um ADM in Pascal umzurechnen, verwenden wir diese Umrechnung. Also 1 ADM sind 101.325 Pascal. Das heißt, 0,3 ADM sind 0,3 mal 101.325. Und da kommt dann ungefähr 30.398 Pascal raus. Versuchen wir als nächstes, diese Pascal, diese 30.000 Pascal in Bar umzurechnen. Und dazu verwenden wir einfach diese Umrechnung hier oben. 1 Bar sind 100.000 Pascal. Das heißt, wir müssen diese 30.000 durch 100.000 dividieren. Und dann bekommen wir 0,30398 Bar. Und diese Umrechnung zwischen Bar und Pascal, das ist wahrscheinlich die wichtigste, die wir es am häufigsten brauchen. Weil Pascal und Bar, das sind auch die gängigsten Einheiten. Versuchen wir jetzt weiter, diesen Druck in Tor umzurechnen. Wie können wir das machen? Dazu verwenden wir jetzt diese Umrechnung. 1 ADM sind 760 Tor. Wir haben 0,3 ADM. Das heißt, der Druck B ist 0,3 mal 760. Und das sind dann ungefähr 228 Tor. Das heißt, wenn du diesen Quecksilberbarometer am Mount Everest aufstellst, dann wäre die Quecksilbersäule 228 Millimeter hoch. So, und zum Schluss rechnen wir jetzt noch diesen Druck in PSI um. Das würde ich jetzt mit dieser Umrechnung machen. 1 Bar sind 14,5 PSI. Wir könnten logischerweise auch diese Umrechnung nehmen. Das wäre egal. Wir wissen, der Druck ist 0,3 Bar. Das heißt, B ist 0,30398 mal 14,5. Und das ergibt ungefähr 4,41 BSI. 4,41 BSI. Also du hast jetzt gesehen, wie du diese 5 wichtigsten Druckeinheiten ineinander umrechnen solltest. Das wichtigste, was du dir wahrscheinlich aus diesem Video merken solltest, ist, welche Druckeinheiten es so gibt. Was sind die wichtigsten? Und die wichtigste Umrechnung ist wahrscheinlich diese hier. Bar in Pascal. Die wirst du am häufigsten brauchen. Falls du dir jetzt noch weitere Videos zum Thema Druck anschauen willst, dann verlinke ich dir die Playlist, wo du diese Videos finden kannst, unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.